Die Bremer haben ja eine ursprüngliche Planung ändern wollen. Dazu gab es den runden Tisch. Das war natürlich eine Verzögerung. Und jetzt gibt es die Umsetzung des Kompromisses vom runden Tisch. Das ist eine weitere Verzögerung. Wir sind ja mit der Entscheidung erst jetzt betraut. Bremen muss noch seine Hausaufgaben hier und dort machen. Ich gehe davon aus, dass das in diesen Wochen geschieht, sodass wir vor der Sommerpause in jedem Fall zu einer Einigung kommen können.